liebe freunde und damit ein herzlich willkommen zu cyberpunk schön dass ihr einschaltet mein name ist aldo und wir machen jetzt weiter wo wir letzte folge aufgehört haben was steht da weiter okay so gehen wir mal hier rein check am empfang vom klaus ein inbefugt dass ich mich mit dem terminal wer bist du denn hey sechs von sieben scheiße ich suche eine eveline parker arbeitet sie hier einen moment bitte eben ist momentan nicht verfügbar ich muss sie sehen es ist wichtig der algorithmus ist unfehlbar glauben sie mir es wird die beste puppe für sie auswählen unsere puppen können ihre haar und augenfarbe ganz ihren wünschen anpassen ich bin kein kunde um so mehr grund einer zu werden jeder kommt irgendwann zum ersten mal ins cloud kein grund zu zögern sie müssen sich nur verlinken wir erst stellen ein persönliches profil und danach geht es schon los was sorry hat sie endlich was nützliches gesagt scheiß aufs menü lassen wir die kellnerin sitzen und bringen unsere sonderbestellung direkt zum chefkoch soll heißen geh als kunde rein und halt dich bedeckt die wollen nicht dass wir ihnen in die karten gucken dann spielen wir eben unser eigenes spiel ok wie funktioniert das ein algorithmus steuert die motorik der puppe er nimmt ihre profildaten und die verwandelten sie in echtzeit erlebnisse erinnerungsdämpfer auf dem verhaltenszip der puppe verhindern dass sie sich später erinnert es bleibt also keine spur der sitzung zurück ich könnte ja sagen aber wo liebe dann das mysteriöse und die spannung sobald sie da drin sind bestimmen sie was passiert du sagst zwar dass es nicht gefährlich ist aber ein risiko besteht trotzdem so kann man es ausdrücken aber eines ist sicher sie erleben nie was sie erwartet hätten jetzt bin ich wirklich neugierig woher wollt ihr wissen wonach ich suche das cloud zwar ist alles ihr tiefes bedürfnis wir finden es ihre wünsche werden erfüllt und vielleicht geschieht noch mehr das wort weniger kennen wir nicht okay dann mal los hierbei handelt es sich um eine live sitzung es kann also unerwaltetes passieren hören sie aber nicht gleich auf ihnen könnte etwas wunderbares entgehen falls sie für das was auf sie zukommen nicht bereit sind können sie jederzeit abbrechen wie lautet ihr safe word afterlife samurai afterlife und gespeichert bitte warten sie einen moment ich kenne ihr profil in einigen sekunden sollten sie kompatibel gruppen sehen was zwei treffer interessant ist das nicht normal oder was heißt schon normal sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen geschmack das system kommt damit klar also wer soll es sein angel oder sky ich finde angel sieht gut aus eine ausgezeichnete wahl jetzt zur bezahlung und dann wird das cloud sie in den himmel was 500 ich will nicht bezahlen das ist zu viel fuck ey ich bin nicht zum spaß hier ich will bloß infos information verkaufen wir leider nicht wenn sie es sich anders überlegen kommen sie wieder ich habe es mir alles überlegt also müssen wir das machen niemand kann der versuchung widerstehen bitte verlinken sie sich hier bitte okay wir müssen das machen und die zahlung ist abgeschlossen der ganze stock steht ihnen zur verfügung falls sie zunächst entspannen möchten angel erwartet sie in kabine 6 verbindung bitte trennen das was wir haben strenge vorschriften was wachen angeht bitte lassen sie alle gefährlichen gegenstehenden bei mir für dich machen nur zwei die beine breit traurig fick dich ins knie johnny keine sorgen alle hier spielzeuge sind bei uns sicher danke wir wünschen einen angenehmen abend ja ja da euch okay wir spazieren mal hier ein bisschen was geht denn da ab aber in echt wäre es besser zwischen diesen schenkeln könnte ich versinken ich darf nicht rein was soll das ich bin jede scheiß woche hier zugangsberechtigung für den vip bereich doch die habe ich nein haben sie nicht wir können gern mit dem manniger sprechen nein alter ich spreche jetzt lieber hier mit dir weißt du überhaupt der ich bin wie sieht der denn aus du musst echt ein perverser sein ohne einen gewissen hirnparasit hätte ich sicher mehr auswahl nein ich bin engl nein warum ne ich will raus ich will raus kann ich irgendwie lan hat das spiel gespeichert warte ich guck mal was passieren wird nenn mich wie nur wie meine echten namen dürfen nur leute sagen die ich gut kenne keine sorge schätzchen wir beide lernen uns gleich richtig gut kennen oh nein träum alter oh man ich wusste einfach nicht über angel und wer ist jan aber keine ahnung naja warum dauert das so lange und ihr wissen wonach ich suche das klau 2 ist alles okay ihre wünsche werden okay dann mal los hierbei handelt es naja falls sie für das was auf sie zukommt nicht bereit sind können sie wie lautet ihr safe word diesmal mache ich mal samurai gucken was passiert und gespa... bitte warten sie einen moment ich scanne ihr profil in einigen sekunden sollten sie kompatibel gucken ob da wieder die gleichen leute kommt oh ja angel und sky zwei treffer interessant ist das nicht normal oder was heißt schon normal sie sind eben ein unser system kommt damit klar also wer soll es sein ich nehme lieber sky jetzt soll bezahlen mhm okay er bitte überspringen komm und jetzt der ganze stück alles klar verbindung bitte das war's ähm wir haben eine strenge vorschriften was machen für dich machen nur zwei die beine breit traurig fick dich ins knie johnny ich bin sky und du musst vincent sein wie nur wie mein echten namen dürfen nur leute sagen die ich gut kenne okay das könnte interessant werden so erzähl mal wer bist du okay wie du stirbst also oh ja woher weißt du dass ich sterbe tief in deinem innern fürchtest du es versteckst dich vor der furcht und wenn schon was kümmert's dich von all den stimmen in deinem kopf schreit die lauteste nach hilfe zieh dich um all das kommt aus dir hm da ist was in diesen spiegeln weit weg es ist eine projektion deine innere natur genau was ich gebraucht habe therapie mit einer robo nutte es ist nicht meine absicht dich zu analysieren sowas tue ich nicht ich bin hier um dein tiefstes und geheimstes bedürfnis zu erfüllen ich suche eine frau namens evelyn parker hat hier mal gearbeitet weißt du wo sie ist du willst antworten so viel ist klar nur nicht die die du zu brauchen glaubst ich hab dir eine einfache frage gestellt hmmm oh ja oh ja du meinst du kennst mich okay dann sag mir wovor ich solche angst habe es ist etwas über das du nicht sprichst jeder hat geheimnisse und meine habe ich aus gutem grund sag es sprich es aus nicht für mich sondern für dich bin einmal draufgegangen und jetzt sterbe ich wieder keine ahnung wie ich es aufhalten soll zufrieden du hast angst weil du deine träume aufgegeben hast was ist daraus geworden der beste in night city zu werden ich will immer noch der beste sein das habe ich nie aufgegeben aber die chance das noch zu schaffen wird immer kleiner ich wollte nur dass die welt weiß dass ich hier war dass ich was bedeutete statt eines traums durchlebst du einen albtraum du hast angst ausgelöscht zu werden als hättest du nie existiert mhm oder ist es nur die angst jemand anderes zu werden anders als jetzt die die ich verloren habe leben durch mich weiter das werde ich auch sein eine erinnerung oder nur eine nervige stimme im kopf eines fremden du siehst den tod nicht als zerstörung oder das ende sondern als veränderung das allein könnte dein leben retten mhm okay vielleicht habe ich nur angst also stelle ich mir diese dinge vor um mich vom gedanken an die leere abzulenken denn die war es der ich letztes mal begegnet bin die angst ist deine stärkste waffe im kampf gegen den tod und was jetzt jetzt findest du heraus was du zu tun hast und das wäre sagst du es mir du bist in deinem leben nie vor etwas weggelaufen nicht einmal wenn du es hättest tun sollen du durchstreifst night city und weißt dass dich jederzeit eine kugel erwischen könnte aber das hat dich nie davon abgehalten die dinge selbst in die hand zu nehmen und das wird es auch jetzt nicht aber wie halte ich schritt mit allem was sich verändert das tust du doch schon du hast etwas bewirkt nichts rein gar nichts auf dieser welt befindet sich nicht im stetigen wandel das trifft auch auf dich zu blick nie zurück wenn du töten musst töte wenn du alles niederbrennen musst lass es brennen danke für alles oh man ich will jetzt nicht mal aufstehen wollen die wenigsten aber alles hat ein ende okay okay Samurai was ist los das blöde Ding hat mich rausgeworfen ich muss mit dir reden reden du hast die notbremse gezogen und mich raus geholt zum reden was ist los hab ich was falsch gemacht hm Evelyn Parker was weißt du über sie nicht viel jeder hier hat seine eigene Kabine eigene Probleme ist in einer eigenen kleinen Blase es ist ein zerbrechliches System Leute wie du spazieren hier rein wollen es zerstören wollen es zerstören vergiss es ist das eine Art du musst mir helfen bitte ich bin keine Bedrohung und sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten ich will nur dass es ihr gut geht falls es dir noch nicht aufgefallen ist dieser Job ist nicht gerade der sicherste auf der Welt einen Tag bist du drin am nächsten weg vom Fenster ist dir in letzter Zeit was ungewöhnliches passiert ok hab gehört ein Kunde hat sie schlecht behandelt mehr weiß ich nicht so Zeug passiert hier dauernd öfter als irgendwer hier es zugeben würde du solltest mit Tom reden die beiden waren unzertrennlich immer am tuscheln ein Kunde hat sie angegriffen ich glaube schon ja er ist echt aus dem Ruder gelaufen Sicherheitsleute sind reingestürmt danach war's ruhig hier kommt man nicht her um Fragen zu stellen du hörst nichts siehst nichts und hältst den Kopf unten wo ist es passiert in ihrer Kabine ich sagte doch es war ein Kunde willst du nur so dastehen oder sagst du mir auch die Nummer die elf ist die Kabine gerade besetzt nein ich glaube die ist seitdem außer Betrieb ich muss irgendwie in die Kabine kommen ach ja und dann was geht dich nichts an kannst du sie öffnen oder nicht sicher aber lass mich bloß in Ruhe rede mit Tom wer ist Tom eine Puppe wie wir alle was dachtest du denn ein Expedista wo finde ich ihn VIP Bereich Kabine 2 glaube ich danke siehst du warst ja doch ganz brauchbar ok ok gehen wir mal weiter was macht ihr jetzt schön schön ich schaffe dir zu jetzt zum VIP Bereich sprach um die Kabine optionale doch die hab ich nein haben sie nicht sie können gern mit dem Manager sprechen nein was war das ey was will der ey was will der ey was hab ich denn jetzt gemacht kam ich werde dich verblicken hurensohn halt du bist der leer was willst du bitte nicht schießen du mit entspann dich ich tu dir nichts ich will nur ein wenig reden Ich hab gehört, du und Evelyn versteht euch super. Ist das wahr? Alter, was ist denn jetzt los? Wir sind gute Freunde. Schon seit Ewigkeit. Aber da bin ich einfach reingelaufen. Warte, ich lade wieder. Ähm. Laden. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, Mann, 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 Mann Alles klar, wie geh ich da rein? Hallo? Hallo? Wer ist das überhaupt? Tiger. Okay. Ich bin jede Scheiße. Ich mache hier. Ich habe eine Zugangsberechtigung für den VoIP-Bereich. Doch, die habe ich. Nein, haben sie nicht. Sie können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Die Welt zusammen eröffnen, ne? Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da rein darf. Was ist das? Bitte beruhigen Sie sich. Sonst müssen wir Sie hinaus begleiten. Immer diese versnoppten Säcke. Nichts sagst dir. Bist du wieder hoch? Ja, gleich. Mh. Alter, was wollen die von mir? Verpisst euch. Der erste Stock ist nur für... Ach so. Ich weiß wo. Was willst du heute? Ich hoffe, ihr macht es kurz und schmerzlos. Zwei Hirngewaschen... Hi. Ähm. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Oh ja. Ich bin mir nicht sicher. Ähm. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Entspann dich. Du brauchst keine Infos oder Details. Ich bin kein Kunde. Ich will nur reden. Mit dir. Nicht mit deiner Puppe. Tom, richtig? Aha. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Hm. Welche Stadt? Osaka oder Oslo? Oslo. Ja, definitiv Oslo. Selbst eine Waschmaschine hat einen Motor. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein. Ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon. Also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Wo finde ich diesen Woodman? Hat wahrscheinlich im Hinterzimmer die Füße hochgelegt. Aber da dürfen Kunden nicht rein. Mhm. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute. Kümmert sich um Probleme. Okay. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt? Hoffen wir es. Die Schädelschwemme in den Puppen. Die sollten die mal ersetzen. Okay, ich muss jetzt aufpassen. Scheiße. Ah, verstehe. Natürlich bin ich dabei. Was ich beitrage? Ja, ich habe dieses Motorrad. Ich weiß wo. Oh shit. Da kann es schon sein. Okay. Okay. Ich war jetzt. Schnell, 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 schnell. Oh shit. Was war das? Fuck, 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 fuck. Was? Ich kann nicht hier rein. Scheiße. Okay, okay. Okay, okay. Uh. was jetzt optik neustart scheiße was launch jetzt ja 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 also was jetzt habe ich die schnauze voll ach scheiße ich habe ja keinen Haufen wer bist du was willst du hier die scheiß Tür auf ich stelle hier die Fragen nimm die Waffe runter und fangen zu reden reiß dich zusammen Waffe runter habe ich gesagt das kannst du aber sowas von vergessen sterbe ich ich brauche Waffe ich brauche Waffe ich brauche Waffe du bleibst liegen alles mitnehmen ich brauche ja ja warte doch mal warte doch mal ja ja äh eu ja alles mitnehmen alles mitnehmen Halt die Fresse was 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 oh shit ich bin tot tja mann auch ne ich muss auf jeden Fall mein Heck verbessern so na komm wir müssen irgendwie schleichen aber ach du scheiße ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt hoffen wir es die Schädelschwemme in den Puppen die sollten die mal ersetzen ok ok ich werde mal sagen wir machen jetzt mit dieser Folge Schluss und in der nächsten Folge machen wir weiter liebe Freunde schön dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.